Ah, das ist ja wohl ein Witz hier, das. Das ist ja wohl jetzt echt mal ein Witz hier, das. Ich hab gedacht, hier werden so komischen Viecher da, die es am Anfang da gab. Und dann auf einmal laufen die Skorpione, ich glaub's nicht. Chinesisches Daumgewehr. Was geht denn? Was soll denn das darstellen? Was geht denn, Digga? Ähm, 5,5,6 mm. Ach, ich hab noch 20 Schuss. Tja, muss ich schwule oder übelst die Jagdlin aus holen. Ich versuche mich hin. Irgendeiner ist dabei, damit zu behelfen. Ich hab das aber jetzt gar nicht verstanden, aber alles in und und läuft. Ich hör noch so ein Viech. Ich hör noch eins. Tja, dass ich angeschlagen bin weiß ich selber. Ich weiß. Ach, Red Kacka. Da sind die Idioten. Ähm, ich weiß, es war verschwendete Munition, aber... Ich bin grad hier etwas nervlich angespannt und schieße so mit auf alles, was hier kracht und flucht. Ich habe keine effektiven Waffe gegen solche komischen Mies da da. Ja, jetzt wird es echt eine. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier gleich so ein Monster-Skorpion auftaucht? Ja, läuft! Also ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht, aber ich denke mal, dass es hier in der Sackgasse endet. Das ganze Lava war halt gezämpft. Nicht zum, hier sind die Toiletten. Ich denke mal, dass man das ganze damit abhaken kann. Die sind toll. Wobei ist hier glaube ich noch andere Abzweige gegangen. Ich denke mal, dass man das ganze damit abhaken kann. Die sind toll. Wobei ist hier glaube ich noch andere Abzweige gegangen. Ich bin da gar nicht so sicher. Weil ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich will eigentlich nur los. Okay, scheinmal geht da noch ein anderer Weg lang. Ich bin von da gekommen. Das heißt, ich speichere hier mal ab und gehe nochmal nach links weiter. Obwohl ich ganz ehrlich gesagt da gar keinen Wert drauf lege. Da jetzt nochmal ein Tor zu laufen. Aber... Ich bin ein Gamer. Also... Geh ich da rein. Da kann man echt nur mit dem Kampfmesser lang gehen. Ich bin Schaden 7. Ich bin Schaden 8. Dann nehme ich noch das Kampfmesser auf. Ich bin Schaden 8. Und noch ein bisschen der erste. Ich bin schon wohl. Ähm... Da... Es geht hin. Ich komm schon... Also das hat sich mal voll gelohnt hier runter zu gehen, um hier die ganzen Sachen zu verballern. Finde ich echt gut. Jo. Bessen behalte ich auch mal das Messer in den Flossen, falls ich hier echt nicht runtergehe. Nein, von hier komme ich doch. Oder? Nein. Oh, der ist der Hilfekasten. Blutpaket. Und das war's. Tür schließen. Aber ganz schnell. Und raus hier. Ich hab mich als Feiglichem gezeichnen, das ist mir wurscht. Ich bin hier weg. Ich könnte auch den einfachen Weg nehmen und teleportieren. Das würde ich jetzt gerade mal versuchen. Ich weiß nicht, ob man sich aus solchen Dungeons hier raus teleportieren kann. Aber wenn ja, bin ich hier sofort verschwunden. Das ist sehr negativ. Lass mich, geh weg, du Biest. Ich bloß in Ruhe. Ich bloß in Ruhe, ich hab dich schon gehört. Geh weg. Ja, super. Äh, Leute, kann man hier klettern? Holzhammer. Jetzt habt ihr auch keine Schmerzen, oder? Toll, jetzt bin ich ja an diesem Gelände vorbeigefallen irgendwie. Offenbar eben. Danke, dass man hier so viel sieht. Ja, super.